so dann starten wir mal ins hausbach snow days zum nächsten day zum ersten mal optionen das ist das subtitle 2 am am on an dem gegnerischen kann ich noch vermütteten messen ich sehe schon des jahrhunderts Oh, honey, thank goodness, you're safe. Mom, did you see how hard it's snowing outside? Yes, sweetie, and it's getting worse. Well, are they saying it's going to be a snow day? They're going to cancel school, right? They haven't said yet. This storm has gone from bad to worse. I'm here at Stark's Pod, which has been completely frozen over. And a tanker truck has crashed into the ice. There have been multiple casualties. Multiple casualties? They're going to cancel school. I just know they will. Eric, this is very serious. Things are just getting more and more horrible here, Tom. The storm is natural in any sense of stopping. And with the snow piling up and roads icing over, we are in for a catastrophic night. Oh, God, they're going to cancel school. Also, ich freut. Did they cancel school yet? Did they cancel school? Eric, go back to bed. But I don't have to go to bed if I don't have to get up for school. We don't know that Eric will find out in the morning. Ha, 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 ha. Kleiner Fatsack. God, please. Please. Make it keep snowing. Harder than it ever has. Please, God. Just this one time. Don't fuck me. I don't care. Ja, ich würde sagen, da fällt die Schule aus, ne? Sogar die erste Hälfte. Das ist gut, kein Toilettenpapier mehr, halt das ist wie Corona. Das ist gut, kein Toilettenpapier. Das ist gut, kein Toilettenpapier. Alle sollen zu Hause bleiben, sogar die Sicherheitskräfte. Und die Mutter so, okay, dann geh halt rausspielen, wenn du das möchtest, kein Problem. Das sehe ich ein bisschen kritisch, ne? Oh, das bin ich. Okay. Äh. Was ziehen wir uns denn an? Snowboard. Ja, das ist gut. Mütze. Hm, schwarze Mütze ist gut. Vielleicht mal keine Mütze, dass wir die Frise sehen. Hm, 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 hm. Achta. Das sind alle ziemlich gaga aus. Nehmen wir die. Nehmen wir die. Nehmen wir die. Was sind wir da? Ein Mantel? Ja, Mantel ist gut. Cape. Hehehe. Das ist gut. Ja, das gefällt mir. Wollen wir mal den Vollbart vielleicht? Kleiner Kevin Vollbart. Near cover. Oh da. Okay, verstehe. Machen wir das noch. Was ist das? Ja, das ist gut. Es ist schulfrei und ich muss zur Schule. Okay, was ist das denn? Die Kamera dreht sich aber ganz schön schnell. Okay, dann kann ich nicht so lange drin bleiben, verstehe. Findet eine Waffe, okay. Dann wenigstens springen. Okay. So weit auch so gut. Soll ich den Toilettenpapier rausgehen, um eine Dolch-Kombo auszuführen, halte gedrückt, um... ...und dann geht es um einen. Soll ich den Toilettenpapier. Soll ich den Toilettenpapier. Soll ich den Toilettenpapier. Soll ich den Toilettenpapier. Und hier ist der erste. L1. Okay, eindeutig sehr kalt. Okay, eindeutig sehr kalt, aber du kannst das nicht in die Wäber-Studien lassen. Geh auf den Zoom. Okay, eindeutig. Manutze um Angriffen auszuweichen. Achso, ich bin drüber, okay. Sie hat gekotzt. Ich bin drüber. Ich bin drüber. Boah, das Ziel ist nicht so einfach. Was zieht der denn so wohl? Äh, hab ich Stickdrifter oder was da los? Okay. Was? Was? Hat er gerührt, um zu sprinten. Okay, weg. Okay, wieso kann ich da nicht lang? Schon eine Abkürzung nehmen, dann geht das nicht, oder was? Sprinten. Deswegen ging die Abkürzung auch nicht. Was? Willst du hier kommen und ich zeige dir über Heilung? Heilung? Na dann sag mal. Heil-Totem? Platziere ein... was? Äh, R1. Heil-Totem zu platzieren, in der Nähe wirst du in deiner Familie... Fantastisch! By the way, deine Macht sind nicht unlimitiert. Du musst dich schaden, wenn du anzupackst oder anzupackst. Um mehr zu schaden, bleib auf die Tiere. Okay. Du kannst Kräfte nur einsetzen, wenn du angepisst bist. Die angepisst sind. Hier hört sich. Wenn du Schaden nimmst, du verursacht der Einsatz, er senkt sich. Okay. Das ist leider ein bisschen schade, aber gut. Geh auf die anderen Kräfte. Geh sie, neue Kind. Ich habe dich gefunden. Au. Au. Quack. Jetzt könnte ich doch eigentlich. Hu. Is saiin im Kotzen. I'm dead. Au. Au. Ruaa! Au. Das tut was. Hu. 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 Das ist nicht verkehrt. Deine Fallbetäubung entfängt Gegner für vier Sekunden für so 50% mehr Schaden. Ist das ungewöhnlich? Ist das ein gewöhnlich oder das ungewöhnlich? Ja, ich nehme das ungewöhnliche. Schauen wir doch direkt mal das bessere, ne? Ja, ich nehme das. Ja, ich nehme das. Das sieht echt nach dem leichten Stickdrift aus. Oh, Toilettenpapier. Wenn du Brutengegnerschaden zu erfüchst, wirst du zum 50% kommen. Ich will nicht mischen. Das war doch ganz gut. Das ist weshalb wir haben ein Raritiesystem, um euch zu zeigen, wie möglich wir sind. Ich höre die Rarities, ich höre die Hau. Die wirklich Rarities helfen, euch zu deinen Feind in den Mund. Der Begeber der Regeln diktiert die Rarities. Aber für ein kleines Teepe, kann ich sie machen. Und da hast du es. Neue Kind. Oh, und Neue Kind? Bleib das Teepe auf dem DL. Ja, 73. Kommt, das zieht immer noch einmal hoch. 50% Schaden. Legendär. Du bist all geholfen. Lass ihn haben, Neue Kind. Vor allem zum Kotzen. Ich bin Vater. Ich bin Vater. Warte, Zeit raus! Es ist nicht klar, dass der neue Kind keine Alli hat. Die neue Kind, diese andere Kinder werden auch Menschen sein. Was? Hatte ich wirklich Stickdrifter? Zieht runter! So die Wunde, die Schminklbrenn drückt und neugierig aus den Plätzen machen. Feindliche Anführer können während des Campus Bullshit-Karten ausspielen, die sich dann umbremte zu verschaffen. Bullshit-Karten können, zwei Mobilen, die mal eingesetzt werden, sind dafür aber sehr mächtig. Zudem hat Kyle einen seiner Elfenschirme zu einem Vampir aufgerüstet. Okay, so weit, so gut. So, wie Sie sehen, wir mussten ein paar Veränderungen für den Spiel, weil ein Arschlusser, den wir nicht nennen, hat entschieden, dass sich all-powerful zu werden, und verletzt die Wahrheit, weil dann alle all-powerful wollten und niemand mehr kann sterben. So, dann haben wir Super-Heroes, und guess was? Das gleiche jemand alles OP wiederum und verletzt das Spiel, auch. Und jetzt, wegen dem jemanden, wir mussten ein paar fucking Rue. Und dann, als es da Rue ist, alle starten über die Rue. Und dann haben wir alle wieder zu war. Remember, mit diesem neuen Card-Based System, du bist nur als Powerful als die Cards in deinem Hand. Und du hast nur zwei zu starten. So, jetzt kannst du nicht all OP sein. Gut, dass du in diesem Spiel verletztierst. Ich bin sicher, dass du auch die Rue ist. Natürlich, obwohl du eigentlich der King, du musst, bei den neuen Regeln, weil das ist Amerika. So, du bist jetzt der King von zwei Cards. Congratulations. Now, listen. Clyde hat Informationen, dass die Elves sind bereit, einen massiven Attacken auf unsere Kingdom. Sie wurden verletzt, nach Starks Pond. Wir müssen sie rausnehmen, bevor sie uns all killen. Oh, und New Kid? Diese Mission wird sehr gefährlich. So, ich werde dich mit anderen New Kids mit anderen New Kids, die auch noch recently verletzt sind. Aber keep in mind, du bist der Real New Kid. Die anderen New Kids werden für dich arbeiten, denn du bist der Punkt, du bist der Punkt. Du bist der Punkt. Geid mal, Also, ich werde die Nummer Nummer muss. Total an inevitable. Aber mir ist ein, eine Chance, dass ich sie nicht geben, eine Nummer Nummer. Alles, dass du sicher die Better New Kids Model weib. Du bist der Punkt. Jens, wenn du Nummer 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 Nummer. Good luck! Okay, New Kid! Jetzt du kennst, wie du das Spiel so willst, wenn du die Runde verletzst. Komm schon, Junge, du kannst mir nicht ein Wunsch nehmen. Komm hier und ich zeige dir, wie du Krieg auf meinem Behandel erzählst. Und bringe deine Freunde. Wenn sie nicht wissen. Das ist meine Behandlung. Du kannst deine Mission auf der Mappen und erzähl mir, wenn du bereit bist. Wenn du jemanden willst, kannst du einfach nur ein Follower sein. Okay. Wähle Spielersuche mit. Wird das Allenspielen? Ich schaue in ein paar Randos, wenn du keine Freunde hast. In der Fall, kannst du zurück nach der Wartable, wenn du bereit bist. Okay. Zurück zur Mappe. Wir können starten, wie schnell du bereit bist. Du kannst die Schwierigkeiten hier auch ändern. Was soll ich denn auswählen? Ich habe doch noch das eine. Ja. Hallo? Ich wähle ein Kapitel aus und verwende, um das Menü zu verlassen. Ja, ich würde gerne was auswählen, ne? Wenn wir schließen, auswählen. Wenn wir schließen, auswählen. Ja. Spielersuche. Hallo? Da geht nix. Mal einfach nochmal. Kriegstisch. Waffen und Kräfte. Waffen und Kräfte. Waffen und Kräfte. Hier, probiere ich den Stab auf. Selekt den Stab, um es zu equipieren. Ausrüsten, durch, wenn wir den Stab mit X. Was? Eliminier, Gegner aus sicheren Entfernungen. Okay. Leutere Feuerbälle, die viele Ziele auf einmal verbrennen. Nicht so gut wie ich, aber es wird das tun. Du findest alle neue Waffen und Kräfte in deiner Reise. Komm und besuchen, wenn du Dinge aufwählen möchtest. Durchschwert? Alter. Great stuff. Feel free to come back anytime. Ja, ja. Mal Kräfte. Was hier ein Totem? Das habe ich schon. Okay. Na hier. Spiel ausrichten, Spiel beitreten. Äh. Spielen wir alleine. Hey, neue Kind. Geht, nicht vergessen, dass du eine Kräfte nimmst. Du willst nicht auf der Battlefield und musst du eine Kräfte nimmst. Ich versuche, dir zu helfen. Oh, das ist nicht schlecht. Oh, das ist nicht sterben. Okay. Das ist wirklich ein guter Tipp. Die Rune, geführt vom hohen Drillenteil, war ein Angriff auf die Menschheit. Die große Zaubere hat angeordnete Truppen, äh, präventiv anzugreifen. Und wir starten. Okay, das kann ich dann mit mehreren machen scheinbar. Ja. Okay, ich hätte nicht erwartet, dass es wirklich ein... Online-Meerspieler-Spiel ist. Aber gut. Ja, ja, ja. Geht mit's, Butters. Okay. Each player lays down a Bullshit-Card, so that we can all agree on the rules before the battle begins. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, wait, even okay. Und die flammen voll aufgelandene staubkuchen kosten fünf gesund und stehen auf gesundheit zum treffer die staubkuchen prallt zweimal ab und verursacht bei treffer ja nimm mal das radioaktiver glibber eine komplette steam stößt giftige dämpfe aus um gegner anzunekeln meteore fallen vom himmel auf die gegner kannst höher springen und begrenzt rennen und nicht schnell bewegt das ist gut schildträger blocken erzeugen sie eine schockwelle ja wollen wir mal sehen die gegner und spielen so ganz kapiert ist noch nicht aber mit schildträger blockieren jetzt schon wieder schaden zu füßen ok Hier kommen die Elves, new kids. Let's have it. Ow. Ooh. Bye-bye! Bis jetzt noch... relativ einfach, ne? Was gibt's hier drüben? Oh! Oh! Das war noch ein Punkt. Alter. Nein, nicht da runter. Yep, ist so ein lucky shot. Okay. Kann ich die Kühe verbrennen? Nein. Wurde ich nicht eben hier geheilt, irgendwie? Oh, Warrior. Fade hat diese Upgrade für dich heute gewählt. Ähm, der Wirkungsbereich deines Totems wird sich um 80% erweitern. Das nehmen wir direkt. Ja, klar. Ja. Okay. Was hat er jetzt gesagt? Was kann ich nicht öffnen? Ist nicht aufgepasst. Aha. Al. Ra. Ewie. Bye bye. Eek. Urgh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, wie schön mich das heilt. Nein, das wollte ich doch gar nicht. So, da haben wir mal die Dinger hier. Das ist wirklich Bullshit hier. Du hast ihn, ne? Jetzt kannst du die Dinger öffnen. Nein! Ich sehe, deine Dinger öffnen hat gut gestorben. Was haben wir mit? Wähle eine Karte am Tor. Was will eine Karte am Tor? Wo sie die Elf in der Flucht? Ja, gut, das habe ich ja. Okay. Was gibt's denn bei der Tante jetzt? Hey, Jimmy asked for my help with your, like, game or whatever. These are dark ritual cards. They can manifest power beyond the mundane. But some of them come at a price. It's up to you what you're willing to sacrifice for wealth and power. Anyway, go ahead and, like, pick one. Alter. Füllen alle null verbrauchten Bullshit-Einsätze wieder auf. Brauch' dich. Was ist das? Was Beruhige. always good there's not much to do around here since the snow shut everything down so sometimes i'll be out here to do finde keil im wald was gibt's denn hier go over here poser er hört seltene karten aber was das er wird hunde kloppen und lass zu dass dein glück sich haltet satan smiles upon your greed hinten soll ich hin dann gehen wir mal hier hin weiter was geht denn bei dem es ist nicht bereit also loot gibt es hier schon in hülle und das ist eine kanone ok okay Ah, war wieder zu nah. Ah, das ist die Kanone. Ich habe gedacht, das wäre okay. Ja, hat nichts bewegt. Ja, da drüben ist es dann hochgegangen, okay. Na ja, gut. Das wollen wir ein bisschen looten. Ja, da drüben. Dann wollen wir das Ding nochmal laden. Mal gucken. Ja, das war doch schon eher noch was. Was haben wir denn da? Okay. Was ist das? Auch irgendwas. Und die Kugel ist noch heile. Wollen wir das nochmal? Da hinten war da auch sowas. Was ist das? 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 Das ist wirklich so. Drift Ja Polo Keep out Ja Polo Oh, thank god! You gotta help me! I'm scrounging around for supplies and I got stuck in the ice But I hit the jackpot, look, look at all this toilet paper You have to figure out a way to break the ice and get me out of here Currently my balls are freezing Elven treasure, this looks like a trap I bet Kyle's behind this Uh, yeah, Kyle, yeah, I can help you get Kyle Just get me out of here, I'll give you some treasure too I'm not sure I trust him, but I'm willing for you to take that risk Just power up that tanker truck I mean, no mesh juggernaut And drive it through the ice You're gonna have to find the keys and the gas And you know, learn to drive, but... Okay Benzin und Schlüssel benötigt Erstmal gucken wir, was hier ist Suchen wir halt so adventure beziehen The elves must have run off somewhere Elves must have run off somewhere Hm, why would elf tracks lead to a waterfall? Was ist das? Benzin oder der Schlüssel? Was geht mit dir? Was geht mit dir? Okay Go ahead Go ahead Ha! Morons! Grab the gas can, new kid Well, you're fucked Ow! 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 What? Ruh! Whack! Whack! Eek! Noo! Ah! Bye bye! Ah! Wuh! Ow! da oben geht es ja weiter äh you can't keep running into arrows and stay alive dumb ass i don't think so this will hurt oh no hiya you dare ah attack Not the bow. Got you. Ow! Ow! I'm hit! Can't hurt me. Don't think so. Oh no! Oh nuts. Hm. Gar nicht so einfach. Ach stop it, du hast angefangen. Ow! Why is their healer still standing? Fuck him up. Ow! I thought it would feel different. Blocked it. Oh no! Ow. Hi-ya! Ow! I'm just doing my job. Don't think so. Oh nuts. I couldn't block it. Oh no! When is the next round? Okay. So. I'm just joking. Das war's für heute. Das ist gut. Der Stab feuert nun drei Kugeln ab, jeweils um 6 Uhr. Da war ein Upgrade drauf. Jeweils um 6 Uhr. Das war's für heute. 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 Nein! Nee, wollte ich doch gar nicht. Ich dachte, der Schlüssel ist da oben, da wo ich gerade war. Na gut. Da ist er doch. Okay, pass auf. No kids gone, radioactive. Oh fudge. Gar nicht so einfach wie es scheint. Das ist ein bisschen unübersichtlich teilweise. Oh nein. Was ist noch Kampf? Fertig oder was? Well hello there. Gaze upon your actions. Wenn du durchverursachen kannst. Wenn du bluten gegen eine Schadenswürfe wirst und für ein angepisster. Schwere Knochen. Es scheint, der Gnomisch Juggernaut ist uns. Gas's up and let her rip, new kids. Up to Randy. So dämlich als Dodge. Okay. Das ist der Ende für dich. Du wirst hier sterben. Die Elf haben einen Abstand. Mach sie den Regret, new kid. Oh. 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 Ah. Ah. Reinforcement. Oh. 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 Wie ist. Oh. Entschuldigung, die anfurzen. Ach Gott, die wird mit diesem Bullshit. Was ist denn? Alter. Alter. Alter und helfen! Das Reicht erbaut. Ihr Alli wurde Painter. Geh knapp zu ihm, um ihn zu helfen. Okay, wir müssen in der Nähe sein. Okay, wir müssen in der Nähe, 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 wir müssen in der Nähe. da ist mir schon klar aber Don't think so! Haha, das lustig! Attack! Ow! Give up? Poor Player One. You need to jump in some snow, quick! Don't move on. Okay. We're going to try to get a blood pressure. Let's call that one a training round! Yeah, come on over here. Hey new kid, don't forget to take a crap once in a while. You don't want to be fighting on the battlefield and have to take a crap. Nochmal alles von Anfang. Step inside the army, new kid. Let's see. So, now that your powers have grown, let's take a closer look. Can't go wrong with the classic. You don't want this specific power? That's totally cool. You do you. Profitip, don't die sterben. Das ist immer sehr schlau. Wenn ich jetzt alles nochmal mache. Don't let these pussy ass elves beat you this time. Cartman, who are these assholes? They're my secret army. We're attacking you before you attack us. What are you talking about? My spies saw your army gearing up for battle. Okay. I'm going to introduce you guys. We're going to show you those fucking elves who rules this kingdom. You started this and our elves are going to end it. alles noch mal von vorne was ist das so ein dreck i knew it karl is totally planning something go kick his ass new kid i'll show that little dirty drew boy not to mess with the grand wizard das ist wirklich ätzend das ist ein grund jetzt für mich zu sagen okay fuck you spiel raus müll hat das ganze noch mal von vorne hier kommen die elves new kid let him have it eek also sorry ne einfach nur ne ne also die anderen beiden source park spiele muss ich sagen die haben sich gelohnt es hat richtig spaß gemacht das ist einfach nur nervig war ja ganz lustig aber ganz von vorne noch mal die ganze klampen bitch ne das ist einfach nur nervig ne wird eingelagert fertig nie wieder mit dem zock so damit findet source park snow days ein jes ende ähm kauft euch das spiel nicht das ist scheiße also die 30 euro könnt ihr echt irgendwie besser verwenden falls ihr es doch kaufen wollt und sagt ja nee das will ich probieren ähm bei youtube unten also also falls ihr das wirklich kaufen wollt haue ich mal jetzt in die beschreibung noch einen link rein einen amazon link damit unterstütze mich ein bisschen und ähm ja kostet euch nichts extra ich krieg ein bisschen prozente also ich würd euch davon abraten aber eure entscheidung so vielen dank fürs zuschauen ciao ciao die 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 die